Guten Morgen. Es ist Montagnacht, knapp zwei Uhr und es hat minus 16 Grad. Sternen klar und ich laufe jetzt zur Arbeit. Ich bin relativ gut eingepackt. Ich habe komplett Thermounterwäsche an, eine Jeans, ein Fleece, Hoodie, zwei Schals, zwei Paar Handschuhe, dann eine Windbreaker Jacke und noch oben drüber die Gore-Dex Regenjacke, die ich zum Radfahren immer benutze. Ansonsten wie ihr seht Winter Wonderland. Das geht eigentlich. Ein bisschen kalt sind komischerweise nur die Unterarme. Keine Ahnung. Vielleicht werden die beim Laufen nicht so durchblutet. Beine sind schön warm. Oberkörper auch. Das ist schon mal wichtig. Und ja, laufe ich hier durchs nächtliche Memming. Und es ist nicht viel los. Es lässt sich gut laufen. Besser als die letzten Tage. Aber Fahrradfahren ist halt nicht drin. Bei minus 60 Grad werde ich mein E-Bike schön im Keller lassen. Ja, bei der Stelle bzw. an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die gestern Morgen im Livestream dabei waren. Es war ein phänomenaler Livestream. Wir hatten 139 maximale gleichzeitig Zuschauer. Das hatte ich noch nie. Und ein riesen Dank geht natürlich an Nerd und Hane meinen Partnerkanal. Die haben uns nämlich gestern 50 Kanalmitgliedschaften spendiert. Insgesamt kamen dann noch ein paar Kanalmitgliedschaften dazu. Insgesamt sind wir jetzt bei, wenn mich nicht alles täuscht, 71. Auch das ist eine Zahl, die ich noch nie hatte. Und vielen, vielen Dank nochmal. Nerd, du bist der Größte. Und jetzt wird es mir aber kalt an der Hand. Deswegen verabschiede ich mich schon mal. Ich wünsche euch allen einen schönen Wochenstart. Und wir sehen und hören uns in einem meiner nächsten Videos oder Livestreams. Und bis dahin bleibt gesund, zieht euch warm an. Tschüss, euer Ü.